moin moin und recht herzlich willkommen zurück in castlevania lost of shadow 2 der dlc revelations so erstmal schlucken ich hatte gerade zu viel speichel im mund musste auch mal sein so im letzten part haben wir dass die die power of the navigators mit zwischen different areas of the castle when they died its power was forgotten in time so ja im letzten part haben wir hier das voidschwert oder das leere schwert platziert und wir müssen uns beeilen was sie nur für was bild gleich mutter ich muss nur eben hier bilder einsammeln so es ist noch ein gewiss treffer go und rück für die chaos Mach ich doch. Huch, oh. Kann mich mich bewegen, aha. Burgbewohner, Navigatoren, ja. Könnt ihr ja lesen. Sind jetzt im verbotenen Flügel, aha. Was steht denn hier? Fraternitas Lucis Ähm Sempa Pam Natur Keine Ahnung, ich kenne, ich kenne nicht lateinisch, aber Lucis könnte Lucifer bedeuten, eventuell. Vielleicht, äh, der Lucifer, also der Satan kehrt zurück. Ihr habt keine Ahnung, was das heißen soll. Falls ihr lateinisch könnt, und ihr wisst, was da steht, schreibt doch mal bitte in den Kommentaren, das würde mich echt interessieren, weil... Ja, ich habe keine Ahnung. Gut. Den verbotenen Flügel, den wir noch nicht kennen, zumindest aus dem Hauptspiel nicht, erkunde ich doch mal jetzt. Ist da ein Schlüssel? Ein Verlies-Schlüssel, den ich da... Ja... Ja, das ist er. Cool. Mh, lecker, Blutdusche. Mh, ja. Möchtest du... Alokat, nicht ein bisschen was trinken? Hast du keinen Durst, ne? Guck mal sogar aus den Wänden. Ich hätte ja kurz was getrunken da, ne? Oh! Okay. Ist das vielleicht das Blut von... Vom inneren Dracula? Könnte sein, ne? Wenn es uns tötet. Ego-Vos-Som-Nes-In-Ter-Rat-I-A-M. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr wisst, was das heißt, ab in die Kommentare damit. So. Mal schauen, wo wir jetzt langkommen. Nee, zurück will ich nicht nochmal. Ah, so. Ah, verstehe. Cool. Wow. 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 Okay. Ich war gerade... ...verwirrt. Nochmal. So, und dann jetzt hier. Okay. Hallo. Warum springst du denn hier rauf, statt dessen... ...wie so ein Stein daneben? Nochmal. Okay. Okay. Ja. Mir vindicabo. Was steht da? Odiomeum... ...befim... ...debefirum... ...ern. Oder irgendwie so. Ah, ich kann die Sprache überhaupt nicht. Latein ist echt nicht meins. Oh nein. Nicht die Skelette wieder. Danke fürs Bild. Danke fürs Bild. Oh, ich hasse die Skelette. Nein. Wuhu. Okay. Jetzt können wir. Aua. Komm her. Aua. Aua. Lass uns doch mal. So, da bin ich wieder. Ihr wundert euch sicherlich, warum ich nicht mehr im Kampf... bin. Äh, liegt daran, dass ich gerade... ...ja, dass ich gemerkt habe, nachdem ich weitergespielt habe, dass Fraps abgestürzt ist und gemeint hat, dich mehr weiter aufzunehmen. Finde ich doof. Finde ich doof. Ich habe nämlich mindestens drei Minuten weitergespielt. Was habt ihr verpasst? Ich versuche, ich versuche rekonstruieren, was es gewesen ist. Ich habe den Kampf abgeschlossen. Es kamen halt nochmal zwei weitere Skelettkrieger. Dann bin ich folgendermaßen... Dann bin ich folgendermaßen. Ich habe hier... ...kann ich B drücken. Es war halt wie beim Puppenmacher hier erstmal Y-Smashing, dann B-Smashing. Dann bin ich hier gelaufen. Dann... ...hier hoch. Hier lang. ...habe hier einen Hebel runtergedrückt. Dann bin ich wieder zurückgelaufen. Denn... ...durch den Hebel ist folgendes passiert. Wartet mal. Hier konnte ich dann hierhin langlaufen, beziehungsweise als Fläder Maus. So, hier ist die Tür offen gegangen. Durch den Hebel. Ich habe hier kurz reingeguckt. So, oh, mich gewundert, warum nichts ist. Bin dann hier rüber. Hab dann hier den einen... ...verlies-Schlüssel eingesammelt. Bin dann wieder hier lang. Dahin. Bin dann... ...hier raufgesprungen. Und dann hier. Hier war kein Kampf mehr. Bin dann nur noch... ...ja, hab hier den Schlüssel eingebaut. Dann hier lang. Und hab B gedrückt. Tür ging zu. Und dann... ...ja, bin ich direkt hier gewesen. Und hier habe ich auch gemerkt, dass dann die Aufnahme aus war. Und ich habe eine Beherrschung, die ich... ...übertragen kann. Aha, wunderbar. Cool. Ich glaube, ich kaufe erst mal noch ein bisschen... ...was hier. 560. Wir haben ja genug Punkte jetzt gerade hier. 500. Hier dann. Oder... Oder... Nee, ich upgrade erst mal diese hier. Kann ich noch eine upgraden? Dann... ...ja, kaufe ich die. Und upgrade er auch. Dann... ...600. Kennen wir alles aus dem Hauptspiel. Dann die nochmal. Dann... ...ja, die... ...formkauf. Konzentrierter Stich. Aha. Die kennen wir nicht, die Sache. LT und X halten. Mach ich mal. Ach so. Nochmal. Cool. Auf den freue ich mich jetzt schon. Ich möchte aber... ...noch mehr kaufen. 1600. Oh. Mega Igneas. Scheint aber nice zu sein. Äh. Dann jetzt nicht. 900. 1200. Oh wow. Jetzt kommen die teuren. 640. 640. Den hier. Kennen wir auch schon. Dann... ...640. Ja, nochmal hier. 640. Den kennen wir quasi auch. So, dann sind wir voll. Bzw. Ich habe keine... ...ja, Skillpunkte mehr. Aber... ...ich brauche mal... ...n bisschen live. ...n bisschen live. So. So, da bin ich wieder. Ich musste eben ein paar Stunden Pause machen. Äh, lag daran, dass meine Festplatte voll ist, weil ich ja hier gerade am Stück aufnehme. Und, ähm... Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im verbotenen Flügel und gehen jetzt weiter. Und, ähm... Jera-Sanka, is this how you want your life? You know his dwelling. You see his revels. You kill his servants. What are we like to do? What indeed? I will honor my father by freeing him from you. You will die. Ach du Scheiße. Oh nö, ne? Was soll ich diese Scheiße denn jetzt? Ja, ist richtig. Alter, Walter. Das beginnt ja schon geil hier. Mega fair und so. Muss so ne dämliche Stelle mit dabei sein jetzt? I must find a way to return to the room where the chaos power was and retrieve it. Ja, bitte. Ist doch dumm. I must find a way to return to the room where the chaos power was and retrieve it. Ne, genau. Ich kann echt nicht nach oben und unten, naja. Muss ja nicht drüber reden, ne? Hä? Was denn? Ich hab oben keinen Weg mehr. Was soll ich denn machen? Ich kann mir da auch keinen Weg bauen. Ja, doch. Genau. Leg sie da auch nicht. Ich kann nur nach rechts oben. Ich kann nur hoffen, dass ich da das Ding abschießen lassen muss, ansonsten. Ich muss find a way to return to the room where the chaos power was and retrieve it. Raff ich grad gar nix mehr. Halt die Fräse! Mann. So. So, leh, rechts bitte. Warum gehst du denn nicht runter? Komm! Wow, wow, okay. Jetzt geht das, hoffentlich. Jetzt mach! Ja, super. Meine blöde Wichssack. Ähm, erst mal in zwei Stunden auf das Teil zu schießen. Nee, 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 nee. Weil er meint, in zwei Stunden da drauf zu schießen, habe ich natürlich nicht weitermachen können und hab verloren. Oh, super. Los, 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 los. Hoch, hoch, äh, rechts. Los! Hallo, schieß doch, Mann. Boah, war das knapp. Mach es, mach! Schieß, schieß doch jetzt, schieß! Hoch, hoch! Ist doch echt nicht wahr. Weil er meint, in fünf Stunden erst zu schießen, weißt du, verliere ich, weil ich nicht schnell genug schnell genug agieren kann, um nach oben zu kommen. Ey, das ist doch behindert. Wenn das Viech wenigstens schnell schießen würde. Mach! 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 Meine Fresse! Schieß nicht erst in fünf Jahren! Mann! Los! Mach jetzt! Mach, 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 mach jetzt! Baller! Ding ist endlich ab! Hoch! Ey! Boah! So, können wir jetzt endlich! Stirb! Mensch, jetzt! Sekunde, ich muss kurz was schauen, weil ich habe gerade die Befürchtung. Ne, wunderbar, passt. Ich hätte gerade kurz gedacht, dass das Sound so laut wäre. Ja! Ist gut! Junge! Los! Komm dran! Aber nicht du! Boah! Was war denn das hier eine dämliche Stelle gewesen, ey? Ich meine, das ist ehrlich, nur weil, das wie ich meine, irgendwann in vier Jahren mal so schießen, ähm, ja, genau, ja, 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 greift halt an. Äh, ne, ist doch echt blöd, nur weil das Ding... Lass mich hier raus, du... Spacken! Nääääh! Ääh! Trink jetzt! Aber ne, ist doch echt blöd, nur weil das Ding meint, irgendwann in die Jahre mal, äh, zu schießen, äh, brauche ich, oder, komme ich nicht schnell genug hoch. Und dann erwischt ich mich dann, äh, das ist doch scheiße, also... Leider, man, vom Timing her hätte man ein bisschen besser arbeiten können, als Entwickler. Ganz ehrlich. Jo. Ja. Ja. Genau, das ist cool. So, den auch nochmal. So, hast mir hier das Skelett aufzerstören. Warum auch immer, ich kann's. Das ist gut genug. Will ja kein Risiko eingehen, ne? Jetzt, komm hier, du Spuchtel. Och, meine Fresse. Sieht sich ja wieder in Jahren hin. Ich bin ja wenigstens froh, dass es keine unsichtbaren Back-Harpien mehr sind. Bin ich mega froh gerade. Danke fürs Gespräch. So. Gibt's hier denn wenigstens irgendwie... ...nur mal ein geheim Sekret? Wohl nicht, ne. Neh, aber die Stelle eben, ey. Das gibt's nicht, ey. Ja, ja, Beherrschung. Okay. Nimm mit. Ja, meh. So. Gut. Ja, wie gesagt, zum Glück gab's keine, äh, Back-Harpien. Das hätt ich jetzt echt geflucht. Ja, reicht nu. Auf denn noch. Da ist was zu lesen. Ich muss echt sagen, das ganze Setting, so meine Statuen, gefällt mir sehr. Wo steht hier? Ähm, äh, Tai-N-Yen-Yam, äh, Sobeck. Genau, äh, irgendwas mit Sobeck. So. Anführer Adrians Tagebuch. Oh, es hat viel. So. Okay. Warum hab ich grad das Gefühl, es wird einen Bosskampf geben? Ich mein, Magiequelle. Äh, Magiequelle. Dann diese Szene hier. Ja, Ausbeutung ist nicht grade hoch. Ich mein, also, Relikt-mäßig ist in diesem DLC nicht so häufig, äh, die, äh, Rate, dass man was windet. Aber, nun gut. Tja. Mach' ma' ma'. Äh, wenn der Ding jetzt hier abkracht, ne? Rassio. Dann, äh, wenn der Ding jetzt hier ist. Dann... Dann, ähm... Joa, das ist jetzt... Ach, vielleicht als Wolf. Ähm... Warum konnte ich diesen letzten denn nicht auch? Och... Ich bin gleich tot, danke, tja... Meine Fresse, ich hab doch aufgelöst... Ey, das reicht mir mit dem dummen, unfairen Mist hier... Du, mich, auch! Was soll ich machen, außer da hin springen? Ist doch... ist doch dumm! Genau... Genau... Kenn ich, darf ich überspringen? Ja... Kaff ich nicht, ey... So... so... Ja, zwischendurch muss ich's wieder auflesen... Näh, mä, mäh, mäh... Oh, der spring zuerst rein... Ja, genau... Warum muss die Scheiße aussinken, ey? Wer hat diesen Mist erbaut? War bestimmt die Leute, die hier die Titanic erbaut haben, oder? Was gibt's hier? Ja, warum auch immer du das machst, da will? Ach, hab ich da mal das Blut neutralisiert von dem inneren Dracula, oder wat? Joa, so geht das auch. Hopps. Okay. Okay. Vielen Dank.